Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du deine Euros wiederum zurück auf dein Bankkonto senden kannst. Dazu gehst du hier wiederum auf Funding und hast dann hier deinen Eurobetrag, gehst auf Withdrawal, das wird hier auch angezeigt und hast jetzt die Möglichkeit, deine Auszahlung zu generieren. Ganz wichtig, wenn du noch kein Bankkonto hinterlegt hast, dann steht hier No Bankkonto. Das heißt, du fügst dein Bankkonto hinzu, gehst da die ganzen Steps durch, also gibst die Adresse an, die IBAN, die BIC und alles, was abgefragt wird. Gehst dann auf Hinzufügen und dann zeigt er dir eben hier zum Beispiel jetzt bei mir Sparda Bank die Bank an und du kannst jetzt hier nun den gewünschten Betrag eingeben, ich sage jetzt mal zum Beispiel 10 Euro, wie du auszahlen möchtest, dann zeig dir das an, du hast ja insgesamt oder ich habe jetzt in dem Fall 19,16 Euro hier verfügbar und dann scrollst du jetzt einfach ganz runter und bestätigst das Ganze und die Auszahlung geht somit bei dir aufs Bankkonto. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.